Ja, ich grüße euch herzlich willkommen, meine verehrten Zuschauer, hier zu diesem weiteren Video. Heute möchte ich ein kurzes Statement machen zu den Wahlen in der Türkei und dem Wahlsieg von Herrn Erdogan. Insbesondere auch, was das Ganze für Russland bedeutet und allgemein auch für die geopolitische Situation in der Welt. Diesmal waren nämlich wirklich die Augen der ganzen Welt auf die Türkei-Wahlen gerichtet, weil das auch ein wirklich bedeutendes Ereignis gewesen ist für die gesamte geopolitische Lage in der Welt. Also erstmal, was ich zu Beginn einmal wichtig finde zu erwähnen, ist, dass welcher Präsident an der Spitze der Türkei steht und welche Staatsformen der Türkei besteht, das ist in erster Linie die Angelegenheit der Türken. Also ich finde es auch immer eine Anmaßung, wenn jetzt zum Beispiel Frau Baerbock und andere westliche Missionare irgendwo durch die Welt fahren und irgendwelche anderen Völker irgendwie belehren wollen, wie sie zu leben haben und so weiter. Also was die Wahlen jetzt betrifft in der Türkei, war die Sachlage eigentlich ganz klar. Also auf der einen Seite hatten wir einen ganz klar und offenkundig pro-westlichen Kandidaten. Also ich meine jetzt damit den Kandidaten der Opposition. Es reicht ja alleine schon, die Berichterstattung in den Propagandamedien anzuschauen, die es im Vorfeld gegeben hat, um ganz klar zu erkennen, dass der Westen wollte, dass vor allem er gewinnt natürlich. Also offensichtlich war auf jeden Fall auch ganz klar zu erkennen, dass Erdogan dem Westen irgendwie nicht ganz so gefällt, dass man lieber irgendjemanden anders an der Staatsspitze der Türkei sehen würde. Also er ist ihn scheinbar ein wenig zu eigenständig geworden. Was jetzt Herrn Erdogan selbst betrifft, ich denke hier wird sich keiner irgendwelche Illusionen machen, dass Erdogan irgendwie ein pro-russischer Kandidat ist oder ähnliches. Ja, der ist in erster Linie ein pro-türkischer Kandidat, ein pro-türkischer Präsident, der in erster Linie Politik macht im Interesse seines eigenen Landes, was auch richtig ist und was auch auf jeden Fall begrüßenswert ist. Und ich denke, ihr seid euch auch bestens dessen bewusst, dass die Interessen von Russland und von der Türkei auch bei weitem nicht immer zusammenfallen, bei weitem nicht immer deckungsgleich sind. Alleine schon, wenn wir jetzt das Beispiel Syrien nehmen, wenn wir jetzt die imperialen Ambitionen, ja, beider Länder, muss man ja auch ehrlich sagen, nehmen. Unter anderem jetzt auch oft im post-sowjetischen Raum, in einigen anderen Regionen der Welt. Also da gibt es da auch einige Widersprüche, da eben die imperialen Ambitionen beider Länder plus minus dasselbe Gebiet betreffen. Auf der anderen Seite haben wir dann beispielsweise wiederum den Bereich der Wirtschaft, wo die Interessen beider Länder auf jeden Fall zusammenfallen. Und auch geopolitisch betrachtet, denke ich schon, dass die Türkei unter Erdogan auch auf jeden Fall lieber eine multipolare Welt anstreben würde. Dass jetzt die Türkei sich nicht den Sanktionen gegen Russland angeschlossen hat, obwohl sich die Türkei ja in der NATO bekanntlich befindet, Das hat die türkische Führung deshalb getan, weil es in erster Linie im Interesse der Türkei ist, sich den Sanktionen nicht anzuschließen. Ganz im Gegenteil, das ganze Geld zu kassieren durch den Transit, durch die Flüge, die über Istanbul laufen und so weiter. Nicht, weil Erdogan irgendwie große Sympathie für Russland in irgendeiner Form empfindet. Und trotz der Widersprüche, trotz der teilweise, wie ich gerade beschrieben habe, gegensätzlichen Interessen beider Länder, unter anderem auch historisch und geografisch bedingt, haben es Russland und die Türkei, also in dem Fall Putin und Erdogan, dennoch geschafft, eine erfolgreiche und vor allem auch pragmatische Zusammenarbeit aufzubauen. Also ich finde, diese Beziehungen jetzt zwischen Russland und der Türkei sind wirklich vorbildlich, auch angesichts, wie gesagt, der gerade eben erwähnten Widersprüche. Also da könnte sich, wie ich finde, auch die ganze Welt ein Beispiel daran nehmen, wie die Beziehungen idealerweise sein sollen. Also genau so soll ja auch die multipolare Welt im Idealfall später funktionieren. Weil natürlich haben Länder teilweise widersprüchliche Interessen, aber dennoch gibt es auch immer wieder auf der anderen Seite Punkte, wo die Interessen der jeweiligen Länder zusammenfallen. Und darauf sollte man sich konzentrieren, wie das jetzt in dem Fall auch die russische und die türkische Führung machen in den gegenseitigen Beziehungen. Denn auch in der multipolaren Welt wird es natürlich Konkurrenz geben zwischen den verschiedenen Ländern, zwischen verschiedenen Blöcken möglicherweise. Und das ist auch gut so, weil die Konkurrenz fördert immer auch die Entwicklung und das Wachstum. Also multipolare Welt heißt auch nicht, es sollen irgendwie alle pro-russisch sein oder ähnliches. Also diese Zeit von West- und Ostblock, das haben wir jetzt auf jeden Fall hinter uns gelassen. Stattdessen sollten die Länder, die Staatsführer in erster Linie pro ihr eigenes Land sein. Ja, wie es jetzt in dem Fall Putin und auch Erdogan sind. Und darin ist auch überhaupt nichts Verwerfliches dran. Ja, dass man in erster Linie für sein eigenes Land ist. Weil jetzt, wenn man sich das Privatleben der meisten Menschen anschaut, also die meisten von euch arbeiten ja sicherlich den größten Teil ihrer Zeit auch für sich selbst und nicht für andere. Und den meisten Aufwand betreibt ihr in erster Linie, um euer eigenes Leben irgendwie besser zu machen. Und der Punkt ist ja auch, wenn es darum geht, irgendwie jemandem zu helfen, der beispielsweise Hilfe braucht, dann kann man das ja nur tun, wenn bei einem selbst auch alles in Ordnung ist. Und wenn man selber Probleme hat, kann man anderen auch nicht helfen. Genau das gleiche auch mit Ländern. Nur wenn ein Land sich gut entwickelt hat, irgendwie eine gut funktionierende Wirtschaft hat und so weiter, nur dann kann das entsprechende Land auch anderen Ländern helfen. Ja, von daher, wie gesagt, ist da nichts Verwerfliches dabei, in erster Linie für sein eigenes Land zu sein und sein eigenes Land in erster Linie aufzubauen. Von daher also, um das bisher Gesagte in zwei Sätzen mal zusammenzufassen, zu resümieren. Ich würde jetzt die Fronten bei der vergangenen Türkei-Wahl so benennen, so bezeichnen. Auf der einen Seite die unipolare Welt, auf der anderen Seite die multipolare Welt. Und der Wahlsieg von Erdogan ist auf jeden Fall auch ein Sieg für die multipolare Welt und auch für alle natürlich, die eine solche multipolare Welt anstreben, inklusive auch Russland. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Niederlage für die unipolare Weltordnung und entsprechend auch alle, die eine solche Weltordnung anstreben, also in erster Linie USA, Westen, EU und so weiter. Das wollte ich einmal für den heutigen Tag gesagt haben. Von meiner Seite noch einmal ein Glückwunsch zum Wahlsieg von Erdogan in erster Linie an die Türken, an die türkischen Staatsbürger, aber auch für uns alle, für euch alle, die sich eine multipolare Welt wünschen. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, schaut auch immer im Online-Shop auf jeden Fall vorbei, Link ist in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.